so cool dass hier oben alles belegt jetzt endlich was haben wir hier unten noch macht dafür ist hier noch genug platz sehr schön steiner zeugnisse holzerzeugnisse aus das schön sand wo ist der sand achten und grundelemente wie sand stein holz erde kohle fehlt hier oben eigentlich schon theoretisch schon und erze aber er sammeln mal in die brennmeier gleich weg die werden weggebrennt ich habe fünf erzs einstecken welche bäckerei ist nun gegangen hier in die in die bäckerei wir haben ja noch eine zweite ja in der bin ich so gewesen wir haben wir eine zweite wo ich in die tülle oben an der burg stimmt ja stimmt wo ich es nicht muss johnny für eine ahnung hier das wollen wir jetzt zu weit das reicht ja auch hier hier drin oder 12 öfen bei den gästen stimmt akkohle so drin aber kein sand mit was ich bin scheiße nein was hast du gesagt also das finde ich jetzt recht wie du hier mit mir umgehst arschloch überall fast neben haus haben wir da öfene oder lass mich doch in ruhe ja haben wir glaube ich was soll ich dann wenn die mini täuschen ist hier in den kisten noch noch irgendwas drinne hier ist noch holz drin schön das lassen wir aber für die gäste ja das weil sonst finde ich bin nachteilig bei der jule noch was da war doch irgendwas also öfen ja das ist sogar purer stein drin purer stein wir haben doch selber bei uns selber haben wir fast in jedem ofen hier sogar kohle drin das ist top vorbereitet alles außer dem aber in der jule mache ich jetzt einfach mal nix weil sonst sehen wir nicht mal durch wo überall was war so die öfen scheinen gerade ausgegangen zu sein auch hier sind fünf eisen drin auch gut ach ja das schmiede ja die habe ich vorhin reingetan ja entschuldigung manchmal lasse ich mich da mal so gehen so dann achtet die truhe offen gelassen was machst du da kommen die motten das warst du das warst du jetzt ist aber schluss so dann ab in die äh kiste mit agatia ist das agatia also hier bei den german monstern ist da gar nichts drin weißt du ach die die können uns einrichten die haben tine hitler nie gehabt damals in als fach wisst du das hatten wir wenigstens noch eins jetzt in den fronten das hatten wir alles noch damals in den guten alten zeiten da kam die musik das war die nummer eins du zusammen mit dem sturm lied aussehen sturm lied oder luftwaffen marsch schöne songs das waren hits ja denke ich auch so da kann man ja eigentlich mal anfangen unten das aufzubauen was ich habe jetzt zwei stacks glas da kann ich doch eigentlich das schon mal zubauen mit dem glas was wir vorhatten ja das hast du ja ich habe mir da noch keinen plan so richtig gemacht ja ich mache einen anfang dann weißt du ja was es ist ja arschkrampel fällt mir gerade so ein ach schon ja das ist ja in ordnung das weiß ich ist für dich eigentlich noch viel zu nett ja ja so und so und zack 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 ich glaube ich muss gleich niesen das wäre gar nicht so gut oh das wäre ein faux pas gesundheit ich habe noch nie genießt achso nom nom sei mal froh da habe ich das jetzt schon gesagt das fest ich muss dann nicht nur mal sagen das ist aber unfreundlich worum ich habe dir was anvertraut ja was niemand anderes wusste und du platsch das einfach aus was alte tratsche das gesundheit ja schon wieder man kann dir doch gesundheit wünschen oh das war wirklich falsch obwohl Mist das macht man ja heutzutage eigentlich Leute wenn man nie ist sagt man ja Entschuldigung genau da sagt man einfach Halsmaul oder so geht natürlich auch wenn ich mir das so überlege stimmt nett ist halt die Fresse so zwischendurch schön kann man schon mal machen ja ach hier können wir Glas lassen das ist schlimm so ist halt ein extra so in der Höhe hier werden wir jetzt einfach alles einfach vor allem alles aus Glas machen hier ist die Linie das lassen wir erstmal so zack hier noch den Eingang und jetzt bauen wir hier einfach schön Glas Blocks ein Stack habe ich noch in der Zeit wo der Grau ich mir das nächste vorbereiten ich habe ja bloß die Position wieder aufgestockt ja ja das haben wir gewonnen das hatten wir ja auch beim Leben hatten wir ja auch so das hatten wir ja auch so das hatten wir ja auch so ja mit man muss mal wieder was anderes shit jetzt hatte ich einen Block schwund Mist Scheiße jetzt wird es brechen wer wird jetzt brechen wer wird jetzt brechen ne es wird jetzt nicht mal ausreichen ach so uja passiert wie viel Blöcke willst du Och ich brauche ganz paar Stacks am Ende noch das muss ja nicht heute fertig werden aber es ist ja zum Anfang halt dass wir wissen was wir mal vor hatten na ich kann so auf BOT ich kann auch kommen so ist es nicht ja kannst du machen Prost jetzt nicht unbedingt dann kommst du halt runter aber langsam könntest du immer ja bin unterwegs jetzt nämlich und das Shane ach so viel ist das gar nicht ha 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 bin das verstanden ein Haufen Mist war das lustig nö warum kommst du jetzt darauf Gott die Höhle hier das war unsere erste Höhle sind wir erstmal beide ordentlich gestorben sind wir hier gestorben? klar ich weiß es nicht klar hier haben wir uns hochgebuddelt hier sind wir ordentlich weggestorben du bist das erstmal runtergefallen und dann hat mich ein Skelett auch noch runtergeschossen irgendwann da war die Schlucht noch nicht ausgeleuchtet ja das ist sie ja inzwischen ja das war einer der ersten Folgen hehehe danke ist aber nett also ich fand das vorhin gerade lustig was denn? du hast eben Plotkin geworfen ach so ha 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 ja ich auch Weil ich eigentlich die feste Überzeugung war, dass ich ja so das ganze Stack den ganzen Stack rüberwerfe. Achso, hahaha, ist ja noch witziger. Na, ist in Ordnung. Hm, naa. War wohl doch nicht so witzig. Ganz und Guani, du. Ja, naja, ich fand's witzig. War ja nur mein Lebenstraum. Ich wollte auch mal was witziges sagen. Vergiss es. Das schön. Hätte ich nie gedacht, dass wir mal sowas daraus bauen. Das ist so eine innovative Idee. Eine Schlucht. Eine Schlucht zu verglasen. Ja, mit G und L. Also mit L eher. Das L muss stehen bleiben. Nicht wahr? Ich hab dir gerade nicht zugehört, weil ich war jetzt hier mit Erde, ach mit Erde, mit Sand und Kohle beschäftigt. Oh, das ist natürlich... Ja. Wichtig. Ja. Ich hab gesagt, dass... Ach, ist egal. Nee, Witze erzählt man... Erklärt man nie. Irgendwas mit L und... Genau. Weil wenn du das L weglässt, wär's blöd. Bei Fenst... Bei Glas. Ja. Ach, bei Glas. Was? Ich würd's nur mit Glas. Ich würd's nur mit Glas. Ja, und wenn du da aber... Ja, ich hab gesagt, wir tun heute ne Schlucht verglasen. Ja, ja. Und wenn du dort das... Ja, ja. Ich hab's schon verstanden. Naja, eben. Naja. Dann ist ja auch gut. Warum gehst du mich da jetzt so an? Ja. Warum gehst du mich da jetzt so an, Mama? Ich bin doch nur der Leber trau, ey. Mama, nur weil ich mir einmal eingekackert hab, als ich 19 war. Hä, ist das nicht, dass ich mir selbstständig bin? Ähm, ja. Oh, wir haben schon zwei Öfen den Geist aufgegeben. Ja, kannst doch dann erst mal aufhören. Das jetzt erst mal... Ich bestütte die weiter. Pff, bitte. Ich wollt's dir nur nett sagen, dass du dir jetzt hier nie so eine Mühe machen musst. Bis zum Schluss werd ich die bestimmen. Ja, ich weiß, dass du ein Twilight-Fan bist. Bis zum Schluss. Bis zum Abendkot. Ja. So ein Dreck. Ich hab's nie gesehen. Ja, ja. Ah. Wir hatten den... Also den ersten Teil hat doch jeder gesehen, oder? Nein. Ich nicht. Hast du ein Glück, ey. Naja. Kommt noch. Irgendwann müssen alle gucken. Ne. So ein Rotz. So ein Rotz. Erst dachte man ja, das ist so ein... wirklich ein Vampirfilmer, oder so ordentlich weggefleischte Menschen siehst und dann... auch darauf da auch gesehen... Oh Bruce... oily... Oh Bruce. Der ist blöd, der ist voll blöd Bei Satzen ist das doof, ne? Ja, beim Sachsen ist doof, aber wir sagen, bist du blöde? Bist du blöd? Ja. Wir sind so Witch-Commando. Ja. Auf jeden Fall. Oh, der Switch-Commando. Switch? Ne, genau. Switch. Das. Three Witch-Bitches. Und so. Hm. Ja. Ja. So, jetzt baue ich hier gerade außen rum, wie ihr seht. Oder auch nicht seht. Damit... Nichts passiert. Damit ich dann noch sehe, wie viel das noch ist. Aber... Allzu viel Glas brauchen wir echt nicht immer noch. Hör mal lieber auf, du. Ja, ich hör jetzt auf. Ich hab jetzt... Stacks. Also, das ist, äh... Ich hab jetzt bloß verstanden, ich hab jetzt Stacks, mehr weiß ich nicht. Sets. Ja, das reicht. Massig. Ah, okay. Es sind auch noch ein paar in Arbeit. Oh, kannst du rausnehmen damit mal Kohle sparen. Ja. Ja. Doch. Glas kann man immer... Wir brauchen genügend Glas später noch. Ach so? Ja. Für was denn? Äh... Das Großprojekt. Ach das. Ja. Was mit der Schwimmhalle beginnen wird. Ach so. Ja. Mensch, den Nachbau des World Trade Center. Ey. Genau. Ja. Genau das. Ah, das sollte man doch noch mal nie sagen. Na, ich tu ja. Du hast das gesagt. Hallo, Paragraph 17. Ich hab gesagt, Schwimmhalle. Paragraph 17. Das ist ein Paragraph 17. Vom Anfang der Aufnahme? Du hast ja ein Loch. Ach so, ne. Das ist die Kappe. Hä? Was machst denn du hier? Soll ich jetzt helfen? Ich bin gleich durch. Willst du mir doch mal helfen? Na, ist das noch mal so helfen. Doch, du kannst die Fackel mal eins reinsetzen. Welche? Die. Die hier. Nur damit da kein Loch entsteht, sondern einfach hier eben mal abbauen den. Ja, der ist hier runtergefallen. Okay. Muss ich wieder alles machen. So. Siehst du mal, wie schnell das geht? Ich dachte, das ist ein riesiges Projekt, aber... Was? So kann man nämlich... Hier oben dürfen wir aber keine Fackeln setzen eigentlich dann, oder? Nö. Kann man an der Seite machen. So. Schon haben wir das alles verglast. So.